Musik Servus Leute, ich bin's der Tabak und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass du am Start bist. Wir sind angekommen bei einem richtig knackigen Buy First Guy, wo es nur um Team of the Season Spieler gehen wird, um den guten Ibrahimovic. Und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, Seko, stell dich vor. Hey, was geht ab, Jungs? Also, ich bin der Seko. Ich bin zum zweiten Mal jetzt bei dir, ne? Ja, genau. Wir haben schon mal aufgenommen, ja? Genau. Wir haben ein Quiz gemacht. Es hat schon Spaß gemacht. Und jetzt, Ibo am Start. Ich habe jetzt 1,4 Millionen bezahlt. Ja, das ist voll teuer. Also am Ende würde es, also keine Ahnung, wenn ich ihn jetzt abstoße, dann habe ich gar keine Coins mehr, glaube ich. Nee, wäre nicht so gut. Und wir haben natürlich auch bei Seko eine Folge aufgenommen. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Checkt es auf jeden Fall ab. Und ich möchte euch noch darauf hinweisen, bei meinem Partner Star Select, könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr euch FIFA Points kaufen wollt oder Xbox-Karten, Playstation-Guthaben. Ich blende euch jetzt einen Code ein. Das ist ein 20-Euro-Rabatt-Gutschein. Könnt ihr nur auf diese Seite einlösen. Und der Erste, der sich den jetzt schnappt, der kann das schnell machen. Und wenn euch das Ganze gefällt, Freunde, lasst gerne alle ein Däumchen nach oben da. Ich denke mal, was schaffen wir heute? 3333? Schaffen wir das? 3333. Easy. Easy. Geht, Jungs. Es geht. Und natürlich, wie gesagt, wir werden jetzt nur Team of the Season-Karten haben. Am Ende 11 gegen 11 und da geht es um einiges. Aber ohne großartig weiter zu plappern, legen wir los. Wir suchen den ersten Spieler. Und natürlich, der Erste, der erscheint, der wird direkt gekauft. Hier gibt es nicht Zahlen nennen, sondern... Oh, alles klar. Nein, hier nicht. So weit, du seid... Oh, ich habe schon einen. Meiner ist gut. Ja, wir können direkt weitermachen. Wir gehen rüber zur nächsten Position. Beim ZOM muss ich euch noch sagen, da gibt es irgendwie keine Spieler, die man findet, sondern da muss man Mittelfeld eingeben. Wird das Eko später auch so machen. Ich bin bereit. Let's go. Okay. Was schon mal gut ist, diese ganzen Champions-League-Karten, die trifft man nicht mehr, gell? Oh! Oh. Der ist nicht schlecht, Alter. Bei mir wird es jetzt schon ein bisschen teuer. So, Jungs. Also, wir machen direkt hier weiter. Unser wieder dritter Spieler jetzt hier am Start. So, jetzt ich brauche was krasses. Komm. Okay, bei mir ist die Erste Seite keiner. Nächste. Mir ist auch keiner. Auch keiner. Es gibt ja die Zweitechnische Liga, gell? Hey, auch nicht. Nur muss konsistisch wiederkommen. So, 6 ist ein Junge, Alter. So, jetzt. Okay, weiter. Ja. Let's go. Oh! Oh! Was? Oh! Was? Welche Position hast du gerade gemacht? Verrat nur die Position. Hintenverteidiger. Okay, ich sage nur, meiner hat ein 93 Rating. Ich sage nicht, welche Position. 93. Weißt du, wie teuer das Team wird, wenn du... 93? Ja, 93. Wenn du mir hier irgendwas abstoßt... Boah, ich bin der Ransch. Ich glaube, ich werde zu bereuen am Ende. Nächste Position. Let's go, Dika. Komm. Nächste Position. Und? Und? Okay, nehme ich gerne mit. Keine Ahnung, Mann. Ich muss nicht so anstrengen später. Und Seko ist wirklich ein richtig guter Spieler. Das wird... Ach! War mal, jetzt nicht mehr. Dann machen wir weiter. Komm schon. Komm. Oh, das ist jetzt meine erste schlechte Position. Also schlechter Spieler. Bitte, bitte. Warum? Schon wieder zwei Ticker auf. Das ist doch zu krass, Dika. Ich bin bereit. Come on. Idemo. Jungs, bitte. Bitte Mittelfeld noch gut. Ja, Mann. Das ist gut. Der ist gut. Komm, bitte, jetzt. Komm, komm, komm. Weiter. Vierte Seite. Fünfte Seite. Komm, Jungs. Kommt noch irgendwas. Hä? Wieso gibt es zwei davon bei mir? Ah, ja, gut. Also, oh, Gute. Das ist gut. Ja? Nicht schlecht. Einen guten Link jetzt endlich mal. Für ein bisschen Chemie, das ist auch wichtig. Hauptsache kein Zweiten Ligaspiel. Ja. Let's go. I am ready. Okay, Rechtsverteidiger. Da gibt es, glaube ich, nicht viele. Da gibt es, okay. Nehmen wir mit. Gibt es zwei, drei Stimmen. Das ist okay. Du hast wahrscheinlich vielleicht den gleichen. Bin eh gespannt, wie dein Team am Ende aussieht. Also wirklich. Das ist richtig interessant. Da sehen wir so ganz viele Totspieler. Ob wir viele gleich haben. Ich weiß nicht. Bei mir ist Innenverteidigung dran. Bei mir ist ZDM dran. Nein, was mache ich? Jetzt. Alter. So, jetzt. Oh. Nächste Seite. So, dritte Seite. Vierte Seite. Fünfte. Mein Spieler sieht gut aus. Ich habe vorhin gesehen. Ey, zwölfte Seite schon. Gibt es kein ZDM? Natürlich gibt es, oder? Irgendwann findest du einen. Irgendwann findest du einen. Irgendwann dranbleiben. Hast du einen gefunden? Ah doch. Ja, ich habe jetzt eins. Okay. Okay. Ich hoffe, der, ja. Der ist auch nicht schlecht. 93er Bewertung. Du hast den auch safe. Ich habe einen anderen. 93er Bewertung. Ah, Spanier diese. Gut. Ah, diese Spanier. Muchas gracias. Ja, que tal. So, Jungs. Letzte Position. Ja, und zwar bei mir ist ZDM. Und bei dir? Der Torwart. Der entscheidende Torwart. Der Stegen wäre geil. Der Stegen wäre krass. 1B. Ida, wo? Also ich... Ah, ich habe ZDM. Ich musste hier Mittelfeld nehmen. Ich habe voll vergessen. So, Mittelfeld. Nr. 7. Nr. 8. Echt? Kommst du dann endlich irgendwo? Eigentlich müsste da was kommen. 10. Richtig ist Mittelfeld. Recht ist Mittelfeld. Nichts? Echt? Eieiei. Seite 13 jetzt. Aber den habe ich doppelt. Geht nicht. Ich muss dann weitermachen. Weitermachen, ja. So, weiter geht's. Nr. 14. Wir sind mehr Most Consistent Spieler dabei. Als Zweitligaspieler. Und jetzt muss ich alle einkaufen. Und das Team wird sowas von teuer. Also hier zu verlieren, ich sage es euch ganz, ganz ehrlich, Mann. Ehh, nicht so geil. Wir sind angekommen bei unseren Teams. Ich weiß nicht ganz genau, wie viel Münzen ich ausgegeben habe. Geht so Richtung... Also 2 Millionen auf jeden Fall, glaube ich. Ja, definitiv. Was? Ja, ja. Also insgesamt jetzt. Für alle zusammen. Achso, insgesamt. Okay, ja. Ja, dann werde ich dich jetzt einladen. Und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Wir schauen uns die Teams ein. Jetzt bin ich gespannt. Oh, oh. Junge, Junge, Junge. Alter, Mann. Zu krass. Oh, Mann. Man fühlt es so, dass sie keine Chemie haben. Oh, Gott. Einfach schießen. Pukki! Oh, nee. Nicht auf... Nein, nein, nein. Nicht auf Ibra. Das ist so unfair. Ecken und Ibra, das ist keine gute Kombination für mich. Nein, nein, nein. Komm. Ibra! Das gibt's doch nicht. Ibra, Mann. Ey, einfach so. Du hast einfach so drauf gezogen. Der geht einfach rein. Ibra, 97 schießen. Alles klar. Ey, zu krass. Jetzt muss man schnell gehen. Oh, nein, nein, nein. Ja, Aler, bitte. Rette mich. Alter, Aler! Ja! Mach doch. Bitte raus, raus. Rennst. Es geht um so vieles. Und Aler, mach das Tor nicht. Mach keinen Fehler. Mach keine Fax. Ja! Was? Wie kommt der durch? Bitte! Bitte! Das gibt's nicht. 2-0. O'Shea, 80er Rating. Ja, alles klar. Gute Team auf der Season-Karte. Wechsel auf Carrasco. Wer ist in der Mitte natürlich frei? Und zwar... Ibraimovic! Das war richtig. Boah. Mit Ansage hier. Alter, 3-0 geht der in Führung, ey. Alter, ich weiß nicht, was ich sagen soll, man. Also, wenn ich heute in Ibra abstoße, dann... Alter, dann bin ich am Arsch. Da ist er, da ist er, da ist er. Oh mein Gott. Das war gefühlt mein erster Torschuss, ey. Rett, lass noch spielen, lass spielen. 49. Minute, hallo? Hallo? Alle Erde, Alter! Hast du das gesehen? Was? Ich hab 6 Schüsse und 1 Schüsse aufs Tor. Ja, und 3 Tore. Und 3 Tore. Alles klar, Bruder. Muss dringend los. Wie? Boah, die kriegen keine Pässe hin. Oh no. Oh no. Oh, danke, Unana, ey. Wer ist das? Wer ist dieser Spieler im Mittelfeld? Carrasco. Gut, den spiel ich auf 3 Cam oder so. Aber der ist so schlecht. Kommt der. Da, kommt der. Da, kommt der. Hey, Carrasco, Mann. Das ist echt schlimm bei der Ecke. Nein! Was? Das ist jetzt ein Lefmeter. Der zieht mir die Beine weg. Nein! Nein! Ja, Mann! Ja, Mann! 3-1-2, da sind wir wieder. Let's go, Mann. Oh mein Gott, Dicker. Ehrlich, das ist so krass. Und jetzt. Was ist das? Was, bitte? Sehr gefährlich. Oh mein Gott. Komm, Ibra. Mann! Ich treffe die Grünen, aber... Ja, zu weit weg. Jetzt! Oh mein Gott. Gefährlich. Ibra, nein! Ibrahimović, da kommt er. Ibro. Schade. Ist das so? Das ist krass. Das spielt ja nicht weiter, was ich spiele. Oh mein Gott, Ibro. Ibrahimović, ey. Okay, das ist meine letzte Chance. Der Eckball sitzt jetzt. Ich spiele diesmal auch nicht auf Ibra, weil das wäre langweilig. Nein! Also, kein Vorspiel. Oh, der hat schon getrunken. Das war's, ey. Schnell, schnell gespielt, Mann. Ach, du meine Güte, Mann. Jungs, ich bin so ein Arsch, ey. 3-1 bei diesen Totspielern. Das darf nicht sein. Ich hatte wirklich wenig Torchancen gegen dich. Du hast echt krass verteidigt, Mann. Nein, wir gehen zum Abstoßen und du darfst zwei Spieler treffen, ey. Wenn du jetzt mal in Ibrahimović stößt, ich meine, 1,4 Millionen Münzen jetzt zum Team of the Season, das wäre zu viel, Mann. Das wäre wirklich zu viel. Sind wir immer noch Freunde. Dann überlege ich es mir nochmal. So, was für eine Aufstellung machst du? Aufstellung? 4-3-1-2 und ich stelle jetzt schon mal um, aber ich... 4-3-1-2. Okay, du kannst loslegen. 4-3-1-2. Ja. Hast du schon? Ja, du kannst schon mal machen. Bist du ready? Ich bin schon ready, Digga. Okay. Ich bin ready. So, 4-3-1-2. Zwei Picks. Und zwar... Bitte, ich hatte ganz kurz... Ich... Ja, okay. Ich bin so aufgeregt, Digga. Ich bin so aufgeregt. Also, ich gucke immer Tabaks-Videos. Ja. Und ich weiß schon... Ey, ich fucke nicht so lange, mein Freund. Einmal dein... Was sag ich, Digga? ZDM? Also, ich habe drei ZDMs. Drei ZDMs hast du? Ja, genau. Also Mitte, Digga. Okay. Okay. Okay? Ja. Und... Nummer 2? Ähm... Das sind zwei Stürmer, ne? Ja. Okay. Rechtsverteidiger. Welcher? Rechtsverteidiger. Ja, Mann. Ja, 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 Mann. Ja. Ich kann leben, Digga. Ich verarschen, so. Ich hab Glück. Also... Ich wollte mich verarschen, so. Ich wollte sagen, einfach... Ich sag so Stürmer, aber am Ende so... Rechtsverteidiger, aber... Nein, 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 also pass auf. Alter, ganz kurz, Jungs. Sorry, ich bin da so aufgebracht. Ich bin am Arsch. Also sowas mach ich nicht nochmal, ey. Das ist ja... Geistig. Also rechtsverteidiger hab ich James, da hab ich nicht umgestellt. Ich hab eigentlich nichts umgestellt, ich hab nur getauscht Ibrahimovic mit dem Torwart. Das war das Einzige, was ich gemacht hab. Ich hab alles gelassen. Und, äh, du hast meinen Rotterie getroffen. Sind 70 oder 60k. Rechtsverteidiger... Also 100k musst ich abstoßen. Aber es hätte viel, viel schlimmer kommen können. Scheiße. Hey, es ist da. Alles ist da, Mann. Jungs, ich danke euch. Gameplay war schon einfach besser, muss man einfach sagen. Und deswegen hast du auch verdient gewonnen. Und, äh, ja, zum Glück hab ich mich so schönes abgestoßen. Checkt unbedingt noch die Folge bei Seko ab. Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, Leute, warst du das von mir? Ich brauch jetzt kurz, äh, ja, ne Berührungsmassage oder so. Keine Ahnung, Mann. Ich bin auf 110, Alter. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Es verliert gerne für diese Team of the Seasons-Spezial-Folge. Und dann gebe ich dir die letzten Worte. Haut dran, euer Tabak. Ciao. So, auf jeden Fall, es hat Spaß gemacht. Ja, am Ende habe ich das Spiel 3-1 gewonnen. Ja, GG. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das war's. Wir sehen uns dann bei mir.